Die Primärzugangspunkte zum Tower wurden durch die Explosion zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Im Wartungshanger sind Sprungstiefel. Damit lässt sich die Pipeline überwinden. Ah, jetzt kriegen wir die Sprungstiefel. Wurde ja auch mal Zeit. Bloß sich's übersehen. Und das ist in der Prüfung. Sehr schön. What? Was bist du? Alter! Direkt mal wieder einen neuen Gegner. Alter! Denkst du an dieses Böses? Kannst du gleich so eine vor dir stehen. Noch einer davon. Wollt ihr mich natzen für den Anfang? Oh, dein Leben, Kollege. Deins auch? Boah, hab ich dir gepfressen. Guck, der macht ja gar keinen Johnnypistole. Alter! Und ich sag grad schon, hier könnte nicht noch krasserer Scheiß bei rumkommen. Doppelsprung aktiviert. Sehr geil. Ein bisschen Lapp noch, aber wird vielleicht noch besser. Ja. Okay, da muss ich eh hin, äh. Ich guck mich nochmal hier um. Vielleicht find ich da noch was spannendes. So eine Argenzelle oder sowas wäre auch nicht schlecht. Ah, da gibt's nochmal eine. Waffen-Munition. Noch mehr Shit. Ah, da kommt die Punkte zur Prüfung. Super Schrotflinte. 30 Kills. 30 Zombies. Wie viel Zeit abläuft? 6 Sekunden, 2 Sekunden pro Zombie, 2 Sekunden pro Film, Glory Kill. Ach, 4 Sekunden für den Glory Kill. Okay, das müssen wir mal unbedingt machen. Halt, jeder darf mich auch nicht vor den Glory Kill verweigern. cele比較 einfach nicht vor dem liebsten. Ma pas mal vor ob auf da... Dann biniatek Kaied. 今回 exploded NSak. ...la g ...la furchse停iert... ...la furchse Netanyise gesetzt. ...reliber Health & Hor Hearing fame injectiert. ...la furchseidn! Einer noch. Nein, das war knapp. Komm, noch ein Versuch. So, dann nochmal ein Versuch hierfür. Ich bleibe hier nicht aus den Augen verlieren, Kollegen. Am besten mache ich die ganze erste Gruppe hier nur mit den Glory-Kills. Ich muss hier ein bisschen mehr Zeit haben. Komm, komm doch mal her. Letzter. Letzter. Sehr schön, das haben wir geschafft. Und da geht es auch gleich wieder weiter. Munitionsboost, den werde ich, glaube ich, reinnehmen, oder? Ja, komm, das ist dann noch ein bisschen praktischer. Mehr Muni von Dämonen. Da geht es nicht raus, von wo? Da geht es weiter. Okay. Freu nicht. Da haben wir noch ein bisschen Muni für das Stummgewehr. Oh Gott. Gut, da geht es jetzt hier weiter. Speicherpunkt. Ja, das ist richtig. Ganz ehrlich, ich mag das hier nicht. Ohoah. Ich musste doch, das wird uns noch ein bisschen was helfen. Ich muss noch ein bisschen Fahrt rausnehmen. Ich will jetzt auch keine von diesen Argents hier übersehen, weil die sind doch ganz schön wichtig. Was ist nach oben? Nein. Ohoah. Das hat Splash gesagt. Speicherpunkt laden. Versuchen wir das ganz noch mal. Das sieht auf einem ganz, ganz viel Waffenpunkte. Ich soll mir eben ausgeben. Das will ich haben. Äh. Noch irgendwas. Ja, mehr Schaden über die Hitzewelle. Die benutze ich so, so oft. Ach, dass ich bemerke, dass ich auf dem Stammschutzgewehr bin. Die가 bemerkt. Äh. Ich will die ganze Zeit immer wieder nachladen, aber ich brauche ja gar nicht. Oh, von wo? Oh, was hat die denn an, ey? Ihhh. Sie hat einen Argent-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent-Power ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Doktor Hayden. Komm hinterher. Geh auf, du meinst. War so klar, dass die weg ist. Willkommen bei der UAC, der Heimat des Argent-Energie-Filtrierungssystems von Dr. Olivia Pierce. Wir sind der einzige Konzern, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandeln lässt. Klasse. Mit der wird diese Anlage betrieben. Zudem wird sie über den Argent-Tower ins Universum gesatzt und versorgt so Familien auf der Erde und im Lieblings-Energie mit der niedrigen Energie für ein produktives Leben. In sorgen, dass die über die König remained entscheidet, wie es mit der guides Opfer kommt. Sie können das in die Nähe des Modus f�ruktsammerig machen. Sie müssen das in die Nähe des Dämonen herausstellen.